Dieser wunderschöne Ford Kuga Trend TDCi mit viel Ausstattung könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrisch anklappbaren Spiegel bieten beste Übersicht. Die Karosserie-Linie wird sportlich, kraftvoll und elegant. Abgedunkte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. 17 Zoll Leichtmetallräder unterstreichen den Offroad-Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze bieten viel Komfort, auch auf längeren Touren. Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Kuga schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags und Nebellampen vorne. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem sportlich-eleganten Ford-Kuga-Trend werden Sie viel Spass haben. Die Ausstattung ist umfangreich und der Motor sehr sparsam. Auf Wunsch bieten wir Ihnen bis 5 Jahre Garantie. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.